Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Polite Society, der am 24. August in die deutschen Kinos kommt. Ich bin der Stu und ich darf diesen von heute mit zwei besonderen Menschen besprechen, die auch sehr polit sein können, nämlich einmal den Werner. Hallo Werner! Grüß euch! Und die Lida ist auch mit am Start. Hallo! Hi! Werner, kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz erklären, was sie erwartet, wenn sie am 24. August oder ein paar Tage später ins Kino gehen und ein Ticket für Polite Society kaufen? Ja, es erwartet sie eine Komödie oder vermeintliche Komödie, um es mal vorwegzunehmen, in der es um ein Schulmädchen geht, die ein bisschen so Stunts übt, Stuntfrau werden möchte. Und dann kommt da ein bisschen die Liebe mit ins Spiel, weil ihre Schwester jemanden kennenlernt und das Thema Familie wird dann auch nochmal ganz groß geschrieben. Und so viel mehr kann man da in dem Sinne nicht sagen, außer dass sie diese Hochzeit dann, ja, abbrechen möchte und fertig. Mehr sage ich lieber nicht. Okay, vielen Dank. Ja, der Film ist das Spielfilmdebüt der Wahllondonerin Nida Mansour. Die hat zuvor an der Sitcom We Are Lady Parts mitgearbeitet und glaube ich auch ein, zwei Folgen Doctor Who inszeniert. Ansonsten ist die Frau mir gänzlich unbekannt. Kennt einer von euch, Nida Mansour? Nie von gehört. Ich habe ihren Namen auch nur eben in Verbindung mit ein bisschen TV-Arbeit mal gehört, aber ansonsten nein. Allgemein muss man sagen, das ist ein Film, der nicht gerade durch Starpower glänzt. Also ich muss ehrlicherweise auch sagen, ich glaube, ich kannte die Darstellerin der älteren Schwester, die Ritu Aria. Die kannte ich vom Gesicht her. Ansonsten waren da keine Darsteller dabei, die ich kannte. Habt ihr da eine andere Erfahrung mitgemacht? Nee, also bei mir war das eins zu eins genauso, wie du gesagt hast. Man kennt gefühlt niemanden in diesem Film. Bis auf diese Ritu Aria, wie man die ausspricht, die kennt man vorm Sehen einigermaßen irgendwoher. Aber ich musste dreimal überlegen, bis mir eingefallen ist, dass ich sie zuletzt in Red Notice gesehen habe. Ja, auch für mich waren das alles unbekannte Gesichter. Cool. Dann haben wir schon mal eine gute Grundbasis jetzt aufgebaut und jetzt können wir mal richtig über den Film sprechen. Ein Film, der wahrscheinlich, das ist jetzt meine Prognose, in Deutschland nicht so erfolgreich sein wird, was ich sehr schade finden würde. Denn wenn ich mir das offizielle Plakat ansehe, könnte man sehr schnell meinen, okay, das ist so ein, ja, salopp gesagt, so ein Bollywood-Film. Aber das ist es ja nicht. Lida, wie würdest du versuchen, diesen Film zu beschreiben? Ja, es geht hier um Frauenpower, aber wirklich mal im positiven Sinne. Der Begriff wird ja gerne und auch bis zum Verschleißen oft benutzt. Aber wir haben hier einmal die Schwesternbeziehung, die prägnant, aber auch mit komödiantischen Untertönen in den Mittelpunkt gestellt wird. Und zwischen Ria und ihrer älteren Schwester, die eben, wie sie fürchtet, also Lena will heiraten, sehr zum Grauen der jüngeren Schwester, die ihren auserwählten Salim furchtbar findet. Und dann eben auch glaubt, dass Salim etwas Unrechtmäßiges im Schilde führt und so die Beziehung boykottiert. Obwohl wirklich alles darauf hinweist, dass das einfach ein ganz normaler junger Mann ist, der sich verliebt hat. Und statt hier wilden Tänzen gibt es eher kunterbunte Kampfszenen, denn zum einen möchte ja die Hauptfigur Stuntfrau werden. Und zum anderen gibt es auch durch ihre Amateurermittlungen durchaus Gelegenheit, sich in echt ein bisschen im Stuntgenre zu beweisen. Werner, wie hat dir das gefallen? Ich meine, du hast ihn ja in der Sneak gesehen und ich glaube, also das ist jetzt zumindest meine Wahrnehmung, wir hatten ja ein Vorgespräch, du wusstest nicht so richtig, was dich überhaupt erwartet mit Polite Society, oder? Vollkommen richtig. Also ich wusste gar nichts über den Film, ich habe keinen Trailer gesehen. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal das Plakat gesehen und bin somit vollkommen ohne Vorwissen in den Film rein und musste mich einfach überraschen lassen, was mich da erwartet. Also ich hatte den Trailer vorher gesehen und wusste auch dadurch ein bisschen, worum es geht und, sag ich mal, in welche Richtung dieser Film ungefähr einschlägt. Wie ist das denn jetzt, wenn man den Film wirklich komplett, ja, also unverblümt oder unberührt sieht, wenn man auch wirklich gar nichts weiß? Ist es am Anfang vielleicht schwer oder sagst du, nee, der war eigentlich sofort so einnehmend, dass du direkt drin warst? Also ich finde, er war gerade am Anfang noch ziemlich zugänglich, also da macht er ziemlich schnell klar, in welche Richtung der Film gehen wird, wie wird er von der Tonalität her und ja, also der Einstieg, muss ich zugeben, ist sehr gut gelungen, aber im späteren Verlauf habe ich mir dann gedacht, was soll das jetzt, also ja. Okay, also ich sage ganz klar, ich hatte nicht so große Erwartungen an den Film und ich kam sehr bespaßt, sehr glücklich, sehr zufrieden raus und hatte seit ewiger Zeit dieses Gefühl, boah, schade, dass der vorbei ist, ich hätte noch ein paar Minuten aushalten können. Ich fand den wirklich sehr amüsant, sehr clever, sehr vitalisierend und einfach gut gemacht und einfach schön gemacht. Ich fand ihn, ich glaube, ich würde ihn ganz, ganz grob beschreiben als den Everything, Everywhere, All at Once, nur halt eben nicht komplett durchgeknallt, sondern eher ein bisschen geerdeter. Lida, wie ist dein Empfinden? Ja, auch ich habe mich amüsiert, obwohl ich mich eher als jemand beschreiben würde, der nicht so leicht zu belustigen ist. Ich mochte die Dynamik sowohl zwischen den Freundinnen, die junge Hauptfigur, Ria hat auch nochmal zwei Schulfreundinnen, die hier ins Spiel kommen, als auch zwischen den Schwestern und dann gibt es auch noch die Eltern, die britisch-pakistanisch sind, also dieser Culture Clash, der da immer noch im Alltag gegenwärtig ist und hier aber auch auf sehr witzige Weise parodiert wird, wenn es dann teilweise zu echten Schlägereien kommt. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Es waren authentische Figuren, wir hatten Diversity, wir hatten überzeugende weibliche Figuren im Mittelpunkt, auch das sieht man nicht so oft. Und auch die Entwicklung der Romanze, ich will jetzt da nicht zu viel vorwegnehmen, in welche Richtung es geht, hat mir sehr gut gefallen, weil es einfach mal ein erfrischendes Gegengewicht ist zu all den Filmen, die immer sagen, sie wären unkonventionell, aber dann doch eben immer nur wieder Klischees erfüllen. Und der Film ja hat schön mit ein paar Klischees gespielt, aber sich dann doch immer wieder für die, ja, ungewohnte Weise und das Originelle entschieden. Und das hat mir sehr gut gefallen, auch wenn es jetzt keine allzu tiefgründige Geschichte ist, aber das muss es auch nicht immer sein. Ja, also ich finde auch, er schafft es auf der einen Seite total authentisch zu wirken, aber trotzdem dieses Eskapistische zu haben, dieses, wie du auch sagtest, unkonventionelle. Ich habe wirklich mit der Hauptfigur mitgefiebert, ich habe sie auch im Teil verstanden und man kann, wie ich finde, auch einiges halt reininterpretieren. Also zur Erklärung ihrer ältere Schwester, diese Lena, ist ja eigentlich eine Künstlerin und die jüngere Schwester sieht da ein bisschen auch auf sie rauf. Also ist so eine Art Vorbild, glaube ich, also habe ich es verstanden. Und sie kommt einfach nicht einmal klar, dass sie jetzt heiratet, also quasi den Weg einschlägt, den sie für sich selbst gar nicht sieht, denn sie will ja Stuntfrau werden. Und was ich halt so wirklich schön an diesem Film finde, ist seine Kaltschnäuzigkeit, weil der einfach seinen eigenen Weg geht und dem relativ egal ist, ob das jetzt, jetzt kommt wieder das Wort, zu den Konventionen passt oder nicht. Und ich hatte wirklich eine richtig große Menge Spaß mit diesem Film. Werner, du hast es schon angedeutet, bei dir ist es am Anfang gut gewesen und dann hat es so ein bisschen gekippt, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, aus Spoilergründen, wann es bei dir so der Fall war, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt nicht ganz mein Fall, aber warum, glaubst du, hat der Film für dich, zumindest habe ich es so jetzt rausgehört, nicht ganz so gut funktioniert wie für Lieder und mich? Ja, also ich habe jetzt soweit ein bisschen das Gefühl, wir haben irgendwie verschiedene Filme gesehen, weil ich mich euren Worten kaum anschließen kann. Also mich haben die Charaktere eher genervt, weil ich mich mit dem Verhalten so nicht identifizieren konnte, sage ich mal. Weil diese Schwester, die auf Teufel kommt raus, dann halt eben sich gegen die Hochzeit stellt und alles, das war dann, das hat mich genervt, das wirkte nicht natürlich, das wirkte aufgesetzt und das nahm halt eben auch kein Ende. Also so oft hat sie da ihr Glück versucht, sage ich mal und mich hat das einfach nur noch genervt, ich denke mir dann irgendwann, ja lass das doch einfach mal laufen, aber nein, man muss wieder Müll bauen und wieder Müll bauen und wieder dazwischen krätschen und wieder Chaos machen und ich musste da nie lachen, also was das angeht. Es gab einige andere Szenen, die waren wirklich lustig, aber die Charaktere haben mich alle nur genervt. Okay, also hast du keinen Zugang zu der Hauptfigur gefunden? Gar nicht. Kann man sagen, gar nicht, okay. Okay, also ich schon, also ich bin jetzt kein britisch-pakistanisches Mädchen oder junge Frau, ich bin ein 40-jähriger Deutscher, aber ich habe es tatsächlich geschafft. Also, das soll jetzt kein Vorwurf sein, aber ich fand, dass der Film das relativ gut umgesetzt hat und mich auch wirklich so, auch ein bisschen an die Hand genommen hat und dabei gleichzeitig so eine, so relativ locker leicht, aber durchaus auch ein bisschen, ja nicht durchgängig, komplett kreativ, aber ein bisschen locker inszeniert war. Und das hat mir wirklich sehr, sehr zugesagt. Und dass er zu lang war, kann ich auch nicht, wie gesagt, als er als Abspann anfing, dachte ich so, ach schade, ich hätte gerne noch so 10, 15 Minuten, hätte ich da in dieser, ich nenne es mal, Welt noch gerne verbracht. Also von der Story her möchte ich dir da auch nicht wirklich nicht widersprechen, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Da die Geschichte, die erzählt wird und wie sie erzählt wird, das ist durchaus gelungen. Das hat mich dann auch abgeholt und das spiegelt ja eben auch gut das wieder, was ja in der Realität passiert teilweise, aber die Motive mancher Charaktere, die waren einfach nervig und die Handlungen folglich dann auch. Also das waren so meine Probleme, die ich da größtenteils hatte. Die Geschichte an sich war nicht das Problem. Kurz vor allem, also, weil es mich wirklich interessiert, aber was an der Motivation der Figuren fandst du nervig? Kannst du das irgendwie genauer festmachen? Ja, also die kleine Schwester, die halt auf Teufel kommt raus, die diese Hochzeit abbrechen möchte, die die Hochzeit versauen möchte, auf gut Deutsch gesagt, das war irgendwann zu nervig, weil sie zu penetrant war und mich hat es einfach irgendwann genervt, weil ich mir dachte, Mädchen, jetzt ist doch mal gut. Aber hast du nicht vielleicht gesehen, dass das vielleicht auch was mehr bedeuten kann, außer, dass sie halt einfach die Hochzeit abblasen will oder verhindern will? Weil ich glaube, da steckt eben schon mehr hinter. Lieder, kurz an nicht gerichtet, siehst du das ähnlich oder bist du vielleicht dann auch eher bei Team Werner? Nee, mir gefiel gerade ausgesprochen gut, dass sie so hartnäckig die Hochzeit boykottiert, denn da sieht man eben wirklich diese Schwestern lieber, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Denn der Film macht ja sehr deutlich, dass die Hochzeit nicht das Idealleben der großen Schwester ist, sondern mehr so eine Art Ausflucht, so Second Best Thing, weil sie eigentlich Künstlerin werden wollte. Und da denke ich, spielt auch stark rein, dass hier die Regisseurin, die auch das Drehbuch geschrieben hat, eben die Frauenperspektive sehr gut kennt. Wenn eine junge Frau heiratet und in den allermeisten Fällen bei Straighties, dann kommt halt meistens auch gleich ein Baby oder zwei hinterher, dann ist das mal zu Ende das Leben. Dann kannst du dich bis du 40 bist verabschieden. Und ich glaube, das ist manchmal für Männer ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wie absolut dieser Schnitt ist, dass die Zukunft dann gegessen ist. Und das sieht die kleine Schwester und denkt, hey, meine große Schwester, die soll noch ein bisschen was vom Leben haben und ihre eigenen Pläne verwirklichen und sich jetzt nicht in diese Beziehung flüchten. Denn der Film deutet das schon sehr an und macht es mehrfach klar, dass diese Romanze, die sich da anspielt, doch in vielen Punkten auch ein Fluchtpunkt ist und eine Art Trost für die Schwester, die sich eben nicht gewertschätzt fühlt von der akademischen Kreativwelt, die das Gefühl hat, versagt zu haben auf professioneller Ebene und sich darin so ein bisschen Trost sucht bei dem verständnisvollen, wohlhabenden, zärtlichen Salim. Und ich finde halt auch, dass die Penetranz, mit der die kleine Schwester das macht, erklärt sich für mich auch dadurch, weil sie halt im Film auch immer wieder halt damit konfrontiert wird von anderen Leuten, dass ihr Traum irgendwie nicht machbar ist. Also es gibt ja diese Lehrerin, die ja ganz klar macht, so nee, du wirst keine Stuntfrau, weil Stuntfrau ist kein richtiger Beruf und trotzdem kämpft sie halt weiter. Und dadurch, dass ihre ältere Schwester, zu der sie ja schon ein bisschen ein Vorbildsverhältnis hat, glaube ich, tut ihr das doch mehr weh. Und deswegen versucht sie in dieser Penetranz halt wirklich ihre große Schwester davon abzuhalten, ihn zu heiraten. Und was ich halt auch total charmant finde, ist ja, dass dann im Laufe des Films ja noch so, ja, auch die Motivation, der, ich nenne es mal, Bösen herauskommt. Und die wird halt wirklich so durchgezogen. Und das hat ja fast schon ein bisschen was von, ja, also ich habe ja so ein bisschen Get Out gesehen, sage ich mal. Ja. Und das hat mir sehr zugesagt. Da gebe ich dir vollkommen recht, was das angeht. Es hat auch eine sehr schöne metaphorische Ebene, die man sehen kann, aber nicht sehen muss. Der Film funktioniert auch absolut, wenn man den einfach nur straight so als Fimi-Action-Komödie betrachtet. Aber eben wozu es führt, wenn Eltern ihr Leben durch die Kinder sozusagen oder die nächsten Generationen leben wollen oder zu viel absolute Kontrolle über ihre Kinder haben. Das ist ja so ein bisschen diese Konstruktion, die da mit einigen, mit den negativen, also den schurkischen Figuren zwischen Eltern und Kindern gezeigt wird, das Gegenteil zu der eher rebellierenden Konstellation, die hier Ria gegenüber ihren Eltern hat. Ria möchte ja ihren Wunsch entgegen dem Willen der Eltern durchsetzen. Und das ist der Film, das eben eindeutig zeigt, nee, wenn Eltern hier einfach nur alles bestimmen und kontrollieren wollen und so nach dem Motto, meine Träume verwirklichen durch die Kinder oder das, was ich für richtig hielt, moralisch, gesellschaftlich, wie auch immer. Aber das kann nur böse enden. Ich muss auch sagen, als ich aus dem Kino gekommen bin, hatte ich auch irgendwie die Idee im Kopf und die habe ich bislang nicht aufgegeben, auch wenn ich weiß, sie macht vielleicht nicht so viel Sinn. Oder man kann sie relativ schnell aushebeln. Es könnte auch durchaus sein, dass Ria und Lena eine und dieselbe Person sind, dachte ich mir. Auch das könnte man, glaube ich, darin lesen, wenn man will. Und alleine, dass der Film das zulässt, aber gleichsam trotz allem so ein kurzweiliger, vergnüglicher Coming-of-Age-Marschall-Arts-Flick ist, finde ich wirklich bemerkenswert. Ja, also gerade den Marschall-Arts-Teil, muss ich zugeben, der hat mir sehr zugesagt. Also das hat wirklich Spaß gemacht, wenn da mal Action zu sehen war, egal ob es jetzt irgendwelche Trainingssequenzen waren oder ob sie irgendwelche Videos gemacht haben oder ob sich mal geprügelt wurde. Also die Szenen, muss ich zugeben, haben sehr viel Spaß gemacht und davon hätte ich gerne mehr gesehen. Und da hat sich ein Kumpel von mir eben drüber beschwert, dass es zu over the top ist, habe ich gesagt, nee, also over the top stört mich kein bisschen. Im Gegenteil, ich finde, das passt gerade deswegen so gut. Ja, also wenn ich wirklich einen Kritikpunkt hätte, dann würde ich sogar sagen, ich finde, man merkt bei den Marschall-Arts-Szenen schon, dass die Niedermann-Sort vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat im Action-Bereich. Aber an und für sich ist das ein kleiner, marginaler Punkt, wo ich sage, das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Lieder, hast du noch irgendwie ein oder zwei Punkte, wo du sagst, das hätte der Film vielleicht besser machen sollen oder können? Ja, auch einen Wermutskropfen hatte ich so wunderbar. Die Repräsentation hier war auf ethnischer Ebene. Wir haben hier verschiedene Leute mit verschiedenen ethnischen Hintergründen, People of Color, Indigene-Leute. Wir haben Creoric-Figuren, die auch authentisch sind. Leider, leider wurde das nicht beibehalten auf der Klassenebene. Der ganze Film spielt in einer sehr, sehr wohlhabenden, also es ist nicht mal mehr Mittelschicht, eigentlich ist es schon fast obere Mittelschicht bis Elite. Und das fand ich kade, dass es wieder eben dieses vollkommen von Wohlstand und Geld gepolsterte gesellschaftliche Milieu ist, in dem 99 Prozent gefühlt aller Filme spielen. Und da habe ich gedacht, ein Film, der sonst so umsichtig ist, hätte da zumindest ein bisschen mehr Bodenhaftung oder ein, zwei Figuren, die einfach auch ein bisschen anderen Hintergrund haben, reinbringen können und hätte trotzdem wunderbar funktioniert. Das hat für mich jetzt aber das Ganze nicht, also die Suppe sozusagen nicht versalzen. Es war trotzdem ein sehr unterhaltsamer Chivo-Abend für mich. Chino-Abend ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja schon gesagt, der Werner hat die in der Sneak gesehen. Und Werner, du hast für uns die Ergebnisse der Sneak-Umfrage, damit wir auch mal wissen können, wie das Publikum den Film fand. Wie ist denn bei dir in der Sneak Polite Society abgeschnitten? Ja, also in Summe kam er wirklich gut an, muss man sagen. 26 Prozent der Zuschauer haben fünf Sterne gegeben. Nochmal 26 Prozent haben vier Sterne gegeben. Also da sind wir schon bei über der Hälfte, die den Film eigentlich gefeiert haben, kann man sagen. Dann haben wir 13 Prozent mit drei Sterne, 21 Prozent mit zwei Sterne und dann noch ein paar, ja, ein Stern und null Sterne. Aber in Summe, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Auswertung, gerade im Vergleich zu anderen Filmen. Und dementsprechend, ja, gibt es mehr positive als negative Stimmen. Genauso wie bei uns drei, kann man ja fast sagen. Genau, und diese Stimmen werden wir jetzt mal einlochen, wie es im Golf heißt, mit unserem Fazit. Und ich würde mal sagen, Lieder, fangt nur mal bitte an. Also wenn ihr Lust auf eine leicht überdrehte Actionkomödie mit tollen, wenn auch unbekannten Darstellerinnen habt und hier ein Regie-Talent sehen wollt, was ein tolles Kinodebüt abgibt und sicher ist, sich lohnt, ihre weiteren Werke im Auge zu behalten, dann ist der Film genau das Richtige für euch. Locker, leichte, temporeiche Unterhaltung, die auch ein bisschen Tiefgang mitbringt, ohne jetzt zu sehr da in die Vollen zu gehen. Ich schließe mich dem einfach an und füge dazu einfach nur hinzu, ich hatte echt Spaß und ich werde versuchen, wenn der am 24. August in die Kino startet, mit Freunden da nochmal reinzugehen und freue mich auf die Zweitsichtung. Werner, bitte, deine Meinung. Ja, ich kann mich da leider nicht ganz so enthusiastisch anschließen. Gut, das war unser Roushain-Gang zu Polite Society. Na, fast, nee, also der Film hat ein paar coole Action-Szenen, hier und da konnte man wirklich gut lachen und die Geschichte an sich ist auch gut gemacht, aber die Charaktere haben mich größtenteils einfach nur genervt und dementsprechend hat das den Film für mich ziemlich runtergezogen. Daher, ja, kann man sich anschauen, muss man aber nicht. Okay, vielen Dank. Weil ich diese Besprechung nicht auf so einer negativen Note enden lasse, möchte, sei hier noch gesagt, der Telechamp-Tisch, den gibt es überall, wo es Likes gibt und damit sind wir hier fertig. Ich danke für eure Expertise, ihr beiden. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören und ich sage Tschüss, dann sagt der Werner Tschüss und der Dieter gebührt das letzte Wort. Tschüss. 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 Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telechamp-Tisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.